Ich habe in der Story immer mal eine Kettlebell, immer mal eine Faszienrolle oder immer mal einen Kennisball. Das Ganze benutze ich gerne und ich meine die Leute, die FRC kennen und so weiter, die diese Sachen schon mal häufiger gesehen haben, die sehen das ganz, ganz häufig, dass mit Yoga-Blöcken und so weiter gearbeitet wird, weil es verfolgt ein Ziel, die Ausweichbewegung, die du machst, zu minimieren. Moin, moin, liebe Monkeys und willkommen zu einem neuen Mobility-Tipp. Das ist jetzt auch kein April-Scherz, ich meine, wir haben ja jetzt auch den 2. April, aber ich sehe wirklich eine Sache, ganz, ganz häufig in den Coachings, in den Workshops, egal wo, wenn ich den Leuten Mobility beibringe und ihnen dann sogar noch die Videos gebe, das ist zum Beispiel im Coaching enthalten, dass du einen Übungskatalog bekommst mit spezifischen Übungen und mit noch extra Videos, die gibt es hier so nicht auf Social Media, da ist nochmal extra alles erklärt. Doch, es gibt immer einen Fehler, den die meisten machen und ich muss sagen, das ist ganz einfach, den zu vermeiden. Und wenn du diesen Fehler vermeidest, dann wirst du viel, viel mehr an deiner Beweglichkeit gewinnen und viel, viel besser das Ganze spüren. Was meine ich? Schaut euch mal folgende Bewegungen an und dann zeige ich euch die Bewegung, wie sie sein sollte. Meine Schulter-Cars, natürlich, was sonst? Jetzt zeige ich euch mal Hüft-Cars, wie die meistens machen. Mal aus dem Vierfüßnerstand. Und jetzt zeige ich euch mal, wie es sein sollte. Okay, ich glaube, den Unterschied zu sehen, es ist relativ simpel, relativ einfach. Die Intensität, die Konzentration und die Ausweichbewegung. Intensität, Konzentration, Ausweichbewegung. Das sind drei Punkte, die sehr, sehr häufig falsch gemacht werden. Thema Intensität. Ich habe ganz, ganz häufig schon gesagt, ich unterscheide zwischen Mobilisieren und Mobility Training. Das eine ist das, was du täglich machen kannst, was dazu gehört, letztendlich wie Zähneputzen, dass du einfach nur deine Gelenke durchbewegst. Alles gut. Wenn du aber wirklich beweglich werden willst, aka Mobility Training, was ich gleichsetze mit einem Krafttraining, was es wirklich anstrengend ist, eine hohe Intensität hat, bei 70, 80% der Anstrengung oder maximalen Auslastung oder Belastungsfähigkeit, dann solltest du auch dementsprechend diese Intensität mit in die Übung geben. Du kannst nicht erwarten, dass du von dem bisschen Schulterkreisen auch wirklich beweglich wirst oder von dem bisschen Larifari-Hüftkreisen. Ja, die Beweglichkeit oder ich sage mal die Bewegung an sich, die initiierst du, aber die Beweglichkeit, die du gewinnen willst, findet am Endbereich der Beweglichkeit statt. Sprich, hohe Range of Motion, so maximal wie es geht und dann kannst du das Ganze auch Stück für Stück für Stück steigern. Okay, Konzentration. Ihr habt gesehen vielleicht, dass ich beim Hüftgas durch die Gegend geguckt habe. Ich meine, ich will dir nicht sagen, wie du trainierst, sondern ich möchte dir nur empfehlen, wie es vielleicht besser ist zu trainieren. Denn mit dem Fokus, einfach mal bei der Sache, bei der Übung, bei deinem Gelenk, was du gerade mobilisierst zu bleiben, ist ein entscheidender Faktor, wie beweglich du dann letztendlich wirst oder auch wie schmerzfrei du wirst. Weil, wenn du hier Schulterkars machst, in dem Bereich hier immer Schmerzen hast, so in dem Übergang von Außenrotation in die Innenrotation und dann aber immer so ein bisschen so, ja, ach ja, jetzt gerade hat es schon wieder wehgetan. Weil du durch die Gegend guckst, weil du denkst so, ja, Hauptsache Training ist irgendwann vorbei. Ja, Mobility, keinen Bock drauf. Dann kann das auch nichts werden. Deswegen konzentrier dich, bleib bei der Übung. Und die letzte Sache ist Thema Ausweichbewegung. Und beim Thema Ausweichbewegung möchte ich dir was ganz Praktisches mitgeben. Ich habe in der Story immer mal eine Kettelbell, immer mal eine Faszienrolle oder immer mal einen Kennisball. Das Ganze benutze ich gerne und ich meine, die Leute, die FRC kennen und so weiter, die diese Sachen schon mal häufiger gesehen haben, die sehen das ganz, ganz häufig, dass mit Yoga-Blöcken und so weiter gearbeitet wird, weil es verfolgt ein Ziel. Die Ausweichbewegung, die du machst, zu minimieren. Nehmen wir mal die Kettelbell in die andere Hand. Du hast automatisch wesentlich mehr Spannung im ganzen Körper. Außerdem reflexive Stabilität auf der anderen Seite wird erhöht. Dementsprechend kannst du das Gelenk hier noch besser ansteuern. Das Gleiche gilt für die Hüftcars. Und wenn du jetzt hier hingehst und dich dann irgendwo noch festhältst. So kannst du dann letztendlich auch mit einer Kettelbell arbeiten. Andere Sache wäre, so einen Tennisball zu nehmen, zum Beispiel, um auch hier ein bisschen mehr Kraft reinzubringen. Wenn ich jetzt Schulterkars mache, zum Beispiel dann noch mit einer Kettelbell, und presse diesen Ball zusammen. Dadurch habe ich noch mehr Kraft, die ich da mit reinbringe, noch mehr Spannung und konzentriere mich noch mehr auf die Bewegung. Sprich, ich merke direkt, wenn ich irgendwo ausweiche, weil ich bin jetzt mit 100% Fokus bei der Sache. Und dann kann ich auch wirklich beweglich werden und kraftvoll in der Bewegung. So kannst du einen Tennisball einsetzen oder eine Kettelbell. Und ich möchte dir noch eine andere Sache mitgeben. Überlege mal, in welche Richtung du häufig ausweichst. Beispiel, bei den Schulterkars ist gerne in der Brustwirbelsäule, damit ich hier einfach besser rumkomme. Nimm dazu entweder das Beispiel, das gegen eine Wand zu machen. Das heißt, du hast hier die Range of Motion und merkst dann direkt, Sekunde, wenn ich jetzt hier hingehe und auf einmal hier nicht weiterkomme, dann merke ich eigentlich in der Wirbelsäule, okay. Ich verliere hier den Kontakt. Andere Sache. Klemm diese Faszienrolle ein. Mit der anderen Seite. Nimm den Tennisball, squeeze und dann mach die Schulterkars. Und dann kannst du nicht mehr nach da ausweichen. Gleiches gilt für die Hüftkars. Hier stabilisieren. Und ihr merkt an meiner Atmung, dass ich halt wirklich versuche, im Endbereich zu bleiben. Im Gegensatz zu das Ding weg. Kann ich einfach viel, viel mehr ausweichen. Andere, letzte Idee für die Faszienrolle. Ja, das geht nicht, wenn man da verkabelt ist. Bapp, 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 bapp. So, und dann von hier versuchen auch wieder irgendwas mit der Schulter zu machen. Oder, jetzt habe ich es, dass du versuchst, deine Wirbelsäule nur im Brustbereich zu machen. Wird jetzt natürlich ein bisschen verfälscht von dem Ding hier hinten. Aber ihr versteht, was ich meine. Da kannst du auch, ne, Brustwirbelsäulenarbeit zum Beispiel machen und so weiter. Das, jetzt einfach mal ein paar praktische Tipps, wie du dein Mobility Training intensivieren kannst, verbessern kannst. Und diesen Fehler, den wirklich 90% machen, vermeiden kannst. Mach das Ganze, gib mir in den Kommentaren ein paar Ideen, wie du das Ganze umsetzt. Beziehungsweise, wenn du dazu Fragen hast, natürlich auch unten in die Kommentare schreiben. Unter den letzten Videos, auch so zum Thema aus dem letzten Monat, kann ich mich noch dran erinnern an das Video. Es kam echt vor ungefähr genau einem Monat raus. Mit den Kindern sehr, sehr coole Kommentare dabei gewesen. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Ich versuche alle zu beantworten, so schnell es geht. Meistens dauert das ein oder zwei Wochen. Da ihr echt so viele Kommentare schreibt. Und das finde ich super. Ja, deswegen die Interaktion finde ich klasse. Danke euch, Affenbande. Und wenn du sagst so, hä, wie, was, Affenbande, Moving Monkey, die ist das Ananas? Ich will auch stark bewegt und schmerzfrei werden, auf dem Weg an Moving Monkey zu sein. Dann subscribe und check auch die ganzen anderen Sachen aus. Das heißt Instagram, Podcast und so weiter. Und wenn du sagst, hey, diese ganzen Tools zu verwenden. Ja, ich weiß aber nicht, wie ich das auf mich anwenden kann. Dann schreib mir eine Mail an info.leonvictor.de Und dann schauen wir, was wir für die Strömung haben. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, wie immer, bis zum nächsten Mal. Keep moving, stay sexy. Dein Leon.